Das hier jetzt gerade ist mein erstes Interview. Ja. Keiner. Ich bin auch irgendwann mal am Ende. Wenn man so einen Weg hinlegt in so kurzer Zeit, dann ist gar nichts mehr normal. Gute Musik Es ist nicht dein F.G. Freundschaftsspiel. Es ist ein F.G. Champions League. Ich kann es nicht so sagen. Ich kann es nicht so sagen. Fünn etsene.